Mit der Künstlerkolonie Worps Weder verbinden sich vor allem die Namen Paula Modersohn-Becker und Heinrich Vogeler. Nach dem eher klassischen Biopic über Modersohn-Becker ist Heinrich Vogeler aus dem Leben eines Träumers ein Hybrid aus Dokumentar- und Spielfilm, der über Interviews mit KunsthistorikerInnen versucht, viel über Vogelers Werk und Wirken zu erklären, anstatt sie szenisch zu inszenieren. Das bremst ein wenig das Tempo und ist am Ende so eher etwas für kunsthistorisch Interessierte als für Biopic-Fans. Schau dir dein Werk doch an, Haus, Garten. Wundere mich, dass du nicht auch noch einen eigenen Himmel dazu geschaffen hast. Untertitelung des ZDF für funk, 2017